so guten morgen erst mal e-mailt me zurück aus dem schwäbischen hauptquartier zu südpark der stärker der wahrheit leider kamen nicht viele kommentare hier nochmal die neuen freundinnen leider kamen nicht so viele kommentare also werde ich darauf plädieren dass ich das selber mache wo ich die quest abgeht und ich werde mich keil anschließen ja ich werde mich keil anschließen jetzt erstmal die kopfkacke weg western start die wird jetzt auch gleich ausgerichtet so so Händschuhe 10 Schockschaden drauf So, gehen wir mal zu Kyle Hey new kid Gehen wir mal ab zum Kumpel Kyle To the tree house Himmelblaue Farbe Ganz hoch Elven Kingdom Ach, da gibt es Empfang New kid, I'm sorry I ever doubted you I hereby make you a member of the drow elves of the forest Yay New kid, you have our friendship I hereby level you up to the rank of Commander Command the douche pack Yay My lord, my lord We know where the humans are hiding the stick What, really? We just intercepted their messages on Twitter Ah, you shot down their message Raven Right, right, we shot down their Raven And the evil wizard king has hidden the stick inside his desk At school Ah, dude, of course Carmen hid it in his desk Drow elves of the forest We know where the humans are hiding the stick I knew Carmen was cheating We shall march on the school And make the hallways drip of their blood Huzzah! Defenders of freedom We thank you for your courage in joining our fight Tonight, we are no longer elves or goths Tonight, we fight as one I feel like such a homo sapien right now The elves are here! They have blown their war horn Blu arse, Dan Okay Elves, flank left Gob kids, prepare to attack from behind The front is barricaded Commander Douchebag See if you can get in through the side entrance and 6 x 3 Is not good X 3 x 2 Das war's für heute. 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 Und er hat mich an. auf den hinten noch den rest schön was war es denn im healer kleiner gesundheitsdrank bitte an mich ran so und jetzt gibt es aufs maul kollege ja beim schwert hast du nicht gerechnet was ach komm noch mal einen kleinen gesundheitsdrank jimmy nimm das ach ich vergesse es immer wieder scheiße jetzt gibt es aufs maul jetzt gibt es aufs maul boots 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 junge tot schön ihr könnt mir gar nichts rufen die einfach verstärkung ich glaub's ja nicht nekromantenhandschuh ok jetzt gucken wir uns gleich mal an die sind nicht mehr als meine schauen wie im zombie ist ok wie wohl später ist das war's denn da mit dem alter kollegium Okay. No one wants. Uh oh. Alter, das ist Gary Nelson. Be careful, er kann uns immer noch nicht aufhören. Wir kamen zur Schule nach dem Morgen nach dem Erdbeck, um zu verabschieden. Wir wussten nicht, dass die Schule wurde verabschiedet. Wir haben eine Geräusche von hier gehört. Wir haben diese Green Goo, es war überall. Es verändert die anderen Monitoren. Oh, shit. Also, es hilft dir recht zu sein, dass du einen Monitoren-Petsy-Hallway-Monitoren in der Friske. Was ist in der Goo? Es ist... Es ist... Sind Parteigenossen! Ah! Somehow that Gringoo makes hallway monitors even lamer! LOL! Die Waffe! Der Reißadler! Ach du Scheiße! Besondere! Keine mehr dann in Deutschland leben wird! Stolz zur Ergebenheit! Ich war Nazis! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Böse Gegner! Slow Gegner! Kleiner Gesundheitsdrank! Müsste erst schon mal reichen! Okay, ne, dann nimm du einen! Ich kämpfe, Alter! Wixar! So, erster Tod! Guts, Junge! Scheiße! Schön gekontert! Fresh with energy! Schild gebrochen! Schild gebrochen! Guts! Schön! Der Kommandant hat Power! Jetzt machen wir erstmal den fertig! Schön! Guts! Schild gebrochen! Ach komm! Das ist ein Witz! Ach komm! Jetzt reicht's mir hier! Nix zu! Kann keiner nehmen! Okay, weiter geht's! Da, Keule! Tut weh, ne? Tut weh, ne? Nein! Aua! Nicht mich! Dich heilen! Ah, scheiße! Scheiße! Fuck! Shit! Nicht mit mir, Keule! Komm, steh wieder auf! Jimmy, steh wieder auf! Ja! Guts, Junge! So muss das sein! Und da stimmt er her jetzt, Herrmann! Oh, ne! Du, Bixer! Du, Bixer! Geht trotzdem weiter aus, Mann! Oh, ne! Jetzt haben wir ihn fast! Shit! Der hat nix mehr, weißt du? Der hat nix mehr! Komm, Jimmy! Verräng dich die ganze Zeit! Du brauchst mehr Gesundheit! So, der ist tot! Jimmy macht den nächsten! Schön! So, und jetzt hast du verkackt, Junge! So, und jetzt hast du verkackt, Junge! FUTS! 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 Perfekt! Oh, die sind nur Nazis! Das sind die Anti-Zombie-Handschuhe! Das sind die Anti-Zombie-Handschuhe! Das sind die Anti-Zombie-Handschuhe! FUTS! Bis 10% Schock-Schaden! Was soll ich hier für eine Ausrichtung drin? FUTS! 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 Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, abonniert den Channel, immer cool! Support the best I'll do it like the rest Ja und in diesem Sinne Wie unser Zombie schon sagt Reingehauen, euer Salut Bang